so hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft bad wars ich habe schon ein paar runden wieder versucht aufzunehmen heute abend heute nacht ist es schon halb zwei jetzt oh ich bin alleine in meinem team ja geil das passiert mir viel zu oft letzte zeit ja quatsch wollen die einbauen ja was soll ich dazu sagen ich bin alleine mit meinem team genau so geht es mir den ganzen abend meine teammates versuchen zu igeln fallen dann runter und liefen die runde so wie jetzt stecki mc wahrscheinlich wir holen uns ein schwert wir holen uns in der brust und wir gehen vorsichtig vor weil ich alleine bin weil ich das spiel langsam verachte und wenn ich jetzt liefen würde dann werde ich einfach mal in fünf minuten blockiert werden so ich würde gerne doch das anklicken also ich habe keine brust ja das ist halt typisch bad wars wenn ich jetzt liefen würde würde ich halt blockiert werden was natürlich nicht so ganz mein ziel sein sollte ich sollte mir vielleicht auch noch mal einen davon holen und einen davon weil manchmal ist der stick besser als alles andere ich könnte mir noch bessere sachen holen ich glaube ich um erst mal gute sachen ich bin halt alleine was soll ich dazu sagen ich bin halt alleine in der runde gelandet wo halt 1000 teams drin sind so und dann sehen wir mal zu dass wir uns noch das bessere schwert holen ich denke die ersten gegner haben jetzt auch schon bogen holen wir uns noch eine truhe oder zwei warum auch nicht zack zack und dann würde ich sagen brauchen wir noch ein paar blöcke zum in die mitte kommen so 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 und so und wir gehen in die mitte die gegner töten sich alle brav gegenseitig freut uns wir packen das eisen mal da rein und gehen weiter in die mitte wie ihr gerade wahrscheinlich am zucken gesehen habt muss ich gerade heftig husten was natürlich nicht so schön ist so der sei noch mal tot dich töte ich auch alter der hat natürlich das gold jetzt mitgenommen das eine oh alter diese mannchen sind mit stick echt gut und mannchen sind mit schwert nicht gut genug da kommt natürlich jetzt dieser ex fabi wieder der gelbe hey alter du hast mein gold alter bist du schnell was ist denn los mit dir was ist denn was denn los mit dir ich hätte gerne jetzt noch ein gold bitte danke da werde ich mich nämlich jetzt mal in richtung zu hause verpissen und es kann dann sein dass ich das erste team mit bogen bin das schon so ein bisschen seltsam ist ne ich dachte ein gegner kommt aber es kommt keiner wie meine güte es war ein komischer anfang das husten hoffe ich habe ich rausgeschnitten weil das war echt kein schönes husten aber gibt es überhaupt schönes husten ich glaube nicht so ich fangen wir das da rein da oben ist ein gegner mit bogen wie es aussieht tschüss jetzt muss ich den gelben davon abhalten mit dem gold nach hause zu kommen diese ex fabi der ist ein bisschen sehr stark also ein bisschen sehr sehr stark ich hätte gerne als der eine versucht nach hause zu kommen aber irgendwie will der das nicht team rot wurde abgeräumt ok na komm gegner dich hätte ich gerne eigentlich weg vom fenster aber solange ich den nicht treffe krieg dir noch nicht weg vom fenster wir sind sogar dreier teams stimmt ja vergesse ich die ganze zeit ich versuche mal zu denen dadurch zu kommen halt wo ist die im brot also ich bin so gut wie tot uiuiui ich sollte machen dass ich wo mein bett ist weg was zu fack hätte das denn gemacht ich versuche mal zu grün durchzukommen wie hat er das denn gemacht wann ist er bitte zu meinem bett hingegangen ich weiß es nicht tut mir leid brau ich sollte da nicht weiter hinterher weil ich fast tot bin und jetzt ersticke ich auch noch was komm ich mich hier raus spiel lass mich hier raus so der baut sich da unten ein das ist mir aber egal ich sollte mich vielleicht hier mal kurz verstecken bis ich direkt bin der ist gut der ist richtig gut im pvp fick dich it's fabi fick dich wirklich fick dich einfach kreuzweise und der andere versteckt sich jetzt da unten da werde ich nicht warten bis er gefunden wird ach da gibt es noch einen schnellen zugang ok ist mir aber auch egal ich danke fürs zusehen es war eine interessante runde weil ich halt schon einfach an der leine war konnte ich nichts daran ändern bis zum nächsten mal